Moin, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Omsi 2. Ja, heute wieder nach dem Motto, äh, ausgepackt, nein, gespawnt, noch nicht angeschaut und jetzt gemeinsam. Ja, das Motto verändert sich immer, so bin ich halt. Wir fahren heute den Gats, der wahrscheinlich Gats heißt, äh, sieht man am russischen Bus aus, wenn ich das hier so sehe. Joa, könnte man denken, ne? Das ist der Bus. Ich kenn ihn schon so halb, weil ich den damals mal in Omsi 1, glaub ich, mal gehabt hab, gehabt hab, gehabt habe, wer auch immer. Der Bus ist natürlich irgendwo cool, aber irgendwo auch nicht. Der Bus ist sehr, sehr cool gemacht, aber er passt halt nicht im täglichen Stadtverkehr. Okay. Die Scheibenschöne sind nicht gleich aus. Funktionieren das? Zumindest die Linie müsste ja funktionieren, ne? Krass, es funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt Einstand auf Krankenhaus, Krankenhaus 76 Okay Warum auch immer da Egli dran klebt und Fischer und Keine Ahnung Naja Keil, man kann die Scheibe aufmachen Das finde ich cool So Elektrik war ja schon an Dann kriegen wir jetzt den Motor an So Jenn Oh So cool, der Bus auch ist. Aber ich bin gerade verzweifelt. Der Bus startet nicht. Ich denke mal, der Bus hat nicht umsonst eine Kupplung. Ach, die Schaltung funktioniert bei dem Bus anders. Es gibt nur zweiter... Erster, zweiter Gang gibt es nicht. Es gibt nur zweiten... Ja. Ich muss anscheinend mit der Tastatur schalten. Ich muss anscheinend mit der Tastatur schalten. ich meine so viele Knöpfe haben wir jetzt gar nicht ich glaube das wird nichts mit dem Fahren es tut mir leid aber ihr seht ja es scheint nicht zu funktionieren das ist sehr schade hab ich das Lenkradwerk bekommen naja gut tut mir leid dann muss ich jetzt trotzdem sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal